Kapitel 7 Literaturverzeichnis Alle nachfolgend aufgeführten Internetquellen wurden am 22.06.2020 abgerufen. Im Audiobuch Fehlende Literaturangaben finden Sie in den Printversionen dieses Buches. Alberti 2010 Alberti Bettina, seelische Trümmer, geboren in den 50er und 60er Jahren Die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas Alexander 2017 Alexander Ingrid Ahnen auf die Couch Den Generationencode entschlüsseln und vererbte Wunden heilen Bär 2000 Bär Ulrich Niemand zeugt für den Zeugen Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah Bär 2010 Doppelpunkt Bär Udo Frick Bär Gabriele Wie Traumata in die nächste Generation wirken Untersuchungen, Erfahrungen, therapeutische Hilfen Bär 2018 Doppelpunkt Bär Udo Frick Bär Gabriele Kriegserbe in der Seele Was Kindern und Enkeln der Kriegsgeneration wirklich hilft Bär Winski 2013 Doppelpunkt Bär Winski Rosmarie Ich Spaltung bei der transgenerationalen Übertragung von Trauma Bauer 2006 Doppelpunkt Bauer Joachim Ich fühle, was du fühlst Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone Bauer 2009 Doppelpunkt Bauer Andreas Kriegskindheit im Zweiten Weltkrieg und heutige psychosomatische Belastung durch posttraumatische und komorbide Symptome Bauer 2013 Doppelpunkt Bauer Joachim Bauer Joachim Das Gedächtnis des Körpers Die Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen Bode 2009 Doppelpunkt Bode Sabine Kriegsenkel Die Erben der vergessenen Generation Bode 2011 Doppelpunkt Bode Sabine Nachkriegskinder Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter Buhn 2013 Buhn.de Sabine Stele Cathy Von der Heart Onno Traumabedingte Dissoziation bewältigen Bussert 2019 Doppelpunkt Bussert Fabienne Die Zeit heilt alle Wunden? Potenziale der Aufstellungsarbeit im Kontext transgenerationaler Traumatik Traumatisierung Buhlby 2006 Doppelpunkt Buhlby John Bindung Buhlby 2014 Doppelpunkt Buhlby John Bindung als sichere Basis Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie Buhlby 2016 Doppelpunkt Buhlby John Frühe Bindung und kindliche Entwicklung Brennecke 2020 Doppelpunkt Brennecke Ulrich Cortisol- und Stressachsenveränderungen bei anderen Störungsbildern Brich 2012 Doppelpunkt Brich Karl Intergenerationale Bindungen Trauma und Dissoziation Brich 2015 Doppelpunkt Brich Karl Hellbrügge Theodor Bindung und Trauma Esiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern Broughton 2016 Doppelpunkt Broughton Vivian Zurück in mein Ich Das kleine Handbuch zur Traumaheilung Buhlby 1997 Doppelpunkt Buhlby Traumatherapie Die Bewältigung schwerer posttraumatischer Störungen Buhlby 2016 Doppelpunkt Buhlby Dialogische Traumatherapie Manual zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung Scharf 2019 Doppelpunkt Scharf Dami Die drei größten Irrtümer über Trauma Chavez 2015 Chavez Anne Bis ins dritte und vierte Glied Daniels 2006 Doppelpunkt Daniels Judith Sekundäre Traumatisierung Kritische Prüfung eines Konstruktes Döll 2017 Doppelpunkt Döll Michaela Gute Gene sind kein Zufall Mit Epigenetik das eigene Erbgut optimieren Drexler 2017 Doppelpunkt Drexler Katharina Er Erbte Wunden heilen Therapie der transgenerationalen Traumatisierung Edukalingo.com 2020 Edukalingo.com Wörterbuch Stichwort Zeugenschaft Feuervogel Doppelpunkt Feuervogel Doppelpunkt Jul Galad Isa Direkte und indirekte Traumatisierung Fischer 2009 Doppelpunkt Fischer Gottfried Wiedesser Peter Lehrbuch der Psychotraumatologie Frank 2012 Doppelpunkt Frank Renate Wohlbefinden fördern Positive Therapie in der Praxis Garleitner 2012 Doppelpunkt Garleitner Birgitta Kindler Marie-Luise Krebs-Luise Konstruktive Wege aus der Vergangenheit Beratung und Therapie mit Angehörigen der zweiten Generation nach dem Holocaust und Nationalsozialismus in Deutschland Girolat 2012 Doppelpunkt Girolat Heidrun Statovsky Huthard Werden die Missetaten der Väter heimgesucht bis ins dritte und vierte Glied Drogenabhängigkeit und Familiengeschichte Groll 2012 Doppelpunkt Groll Tina Stress macht vergesslich Grüber 2018 Doppelpunkt Grüber Isa Doktor Was der Körper zu sagen hat Ganzheitlich gesund durch achtsames Spüren Stress und Traumabewältigung mit Somatik Experiencing SE Handbuch Traumakompetenz Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik Hans Wille 2014 Doppelpunkt Hans Wille Reinhard Kissenbeck Annette Systemische Traumatherapie Konzepte und Methoden für die Praxis Harari 1999 Doppelpunkt Harari Keith Weintraum Pamela Lucid Dreams in 30 Days The Creative Sleep Program Hardo 2006 Hardo Trutz Das große Handbuch der Reinkarnation Heilung durch Rückführung Hardo 2014 Doppelpunkt Hardo Trutz Freisein von Ängsten und Phobien Ursachen aufdecken und auflösen Rückführung als neuer Weg der Angsttherapie Hasselmann 2016 Hasselmann Silke Bis ins vierte Glied Traumata prägen auch die Kinder Traumavererbung Hey 2016 Doppelpunkt Hey Luise Spiegelarbeit Heile dein Leben in 21 Tagen Haltland 2020 Doppelpunkt Haltland Alexandra Dr. Rianat Cortisol Stress und Nebennierenerschöpfung Henn 2017 Henn Volker Epigenetik Gene haben ein Gedächtnis Hensel 2017 Doppelpunkt Hensel Thomas Stressorbasierte Psychotherapie Belastungssymptome wirksam transformieren Ein integrativer Ansatz Huber 2003 Doppelpunkt Huber Michaela Trauma und die Folgen Trauma und Traumabehandlung Teil 1 Huber 2012 Doppelpunkt Huber Michaela Plassmann Reinhard Transgenerationale Traumatisierung Huber 2015 Doppelpunkt Huber Michaela Trauma im Kindesalter und die Folgen Huber 2017 Huber Michaela Unbewusstes Erbe Doppelpunkt Verstrickungen zwischen den Generationen und deren unbewusste Auswirkungen Huber 2017-2 Doppelpunkt Huber Michaela Frühes Trauma Späte Folgen Huber 2017-3 Doppelpunkt Huber Michaela Kann Traumatisches in Anführungsstrichen vererbt werden? Fragezeichen Huber 2018 Huber Michaela Der innere Ausstieg Transgenerationale Gewalt überwinden Huber 2018-2 Doppelpunkt Huber Michaela Integration des Fremden Trauma Dissoziation und Migration Huber Vorträge Folien Doppelpunkt Huber Michaela Vorträge und Folien Sammlung von Vorträgen und Folien von Michaela Huber zu verschiedenen Themen Hündchen 2020 Hündchen Hündchen Ilona Doktor Sensibilisierung für typische Aspekte von transgenerationaler Kriegstraumatisierung im Rahmen von Traumatherapie bei Flüchtlingen Hündchen 2020-2 Doppelpunkt Transgenerationale Kriegstraumatisierung Generationsübergreifende Weitergabe von Kriegstraumata Hüter 1997 Hüter Doppelpunkt Hüter Gerald Wie aus Stress Gefühle werden Biologie der Angst Hüter 2002 Doppelpunkt Hüter Gerald Die Folgen traumatischer Kindheitserfahrungen für die weitere Hirnentwicklung Hüter 2010 Doppelpunkt Hüter Gerald Kuritko A Wolfrum G Besserer L Neurobiologische Grundlage der Herausbildung psychotrauma-bedingter Symptomatiken Trauma und Gewalt ICD-10 2016 Dillinghorst Freiberger Harald J ICD-10 Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen Jakobsen 2003 Doppelpunkt Jakobsen Olaf Das freie Aufstellen Gruppendynamik als Spiegel der Seele Juraschema.de 2020 Knupper Jan Juraschema.de Stichwort Verfahrensbeteiligte 3 Zeugen Kamina Zahnberg 2013 Kamina Zahnberg Eli I Punkt Die Folgen der Shoah in der zweiten Generation Kegel 2018 Doppelpunkt Kegel Bernhard Epigenetik Wie unsere Erfahrungen vererbt werden Kegler 2014 Doppelpunkt Kegler Michael Familie Krieg Trauma Sucht Warum diese Vergangenheit nicht ruhen kann Kossack 2004 Doppelpunkt Kossack Hans Christian Doktor Hypnose Lehrbuch für Psychotherapeutin und Ärzte Kranz 2010 Doppelpunkt Kranz J Kranz J Langdotz Langdotz 2018 Doppelpunkt Langdotz Ero Mutter in Trojekt und Trauma Lauf 2017 Doppelpunkt Lauf Sigrid Die Traumata der Kriegsenkel Leuzinger Bohr Leber Leuzinger Bohr Leber Leuzinger Bohr Leber Marianne Chronische Depression Trauma und Embodiment Eine transgenerative Perspektive in psychoanalytischen Behandlungen Lenard 2018 Lenard Hendrik Epigenetik Grundlagen und klinische Bedeutung Levin 2011 Levin Peter A Sprache ohne Wörter Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt Levin 2011 Wende Strich 2 Doppelpunkt Levin Peter A Vom Trauma befreien Wie Sie seelische und körperliche Blockaden lösen Levin 2013 Doppelpunkt Levin Peter A Vom Schmerz befreit Entdecken Sie die Kraft Ihres Körpers Schmerzen zu überwinden Levin 2016 Levin Peter A Trauma und Gedächtnis Die Spuren unserer Erinnerung im Körper und Gehirn Wie wir traumatische Erfahrungen verstehen und verarbeiten Levin 2015 Doppelpunkt Levin 2016 Levin Grün Heike Transgenerationale Weitergabe von Flucht- und Vertreibungserfahrungen Lipton 2016 Doppelpunkt Lipton Bruce Intelligente Zellen Wie Erfahrungen unsere Gene steuern Lure 2016 Doppelpunkt Lure Matthias Das Erbe der Kriegsenkel Was das Schweigen der Eltern mit uns macht Lukas Thompson 2013 Doppelpunkt Lukas Thompson Rachel G Relationship Quality with Parents Stressful Life Events Und Cortisol Production in Emerging Adulthood Massing 2006 Doppelpunkt Massing Almut Reich Günther Sperling Eckart Binärgenerationen Familientherapie Mewisse 2007 Doppelpunkt Mewisse Marie-Louise Reitzma Johannes B De Vries Gillian Gersons Berthold PR Ulf Miranda Cortisol and Posttraumatic Stress Disorder in Adults Systematic Review and Meta-Analysis Medical Express 2019 Doppelpunkt Medical Express Stress in Childhood and Adulthood have combined impact on hormones and health Meyer-Legrant 2016 Doppelpunkt Meyer-Legrant Ingrid Die Kraft der Kriegsenkel Wie Kriegsenkel ihr biografisches Erbe erkennen und nutzen Mewisse 2017 Doppelpunkt Mewisse R. Reich H. Skoluda N. Seele F. Nater UM Elevated Hair Cortisol Concentrations in Recently Fled Asylum Seekers in Comparison to Permanently Settled Immigrants and Non-Immigrants Mewisse 2009 Doppelpunkt Mewisse Claire Doktor Bewegung aus dem Trauma Traumazentrierte Tanz- und Bewegungspsychotherapie Mewisse 2013 Doppelpunkt Mewisse Angela Die unbewusste Weitergabe von Traumata und Schuldverstrickungen an nachfolgende Generationen Newton 2013 Doppelpunkt Newton Michael Doktor Die Reisung der Seele Karmische Fallstudien Peichel 2012 Doppelpunkt Peichel Jochen Hypnoanalytische Teilearbeit Ego-State-Therapie mit inneren Selbstanteilen Peichel 2014 Peichel Jochen Innere Kinder, Täter, Helfer und Co. Ego-State-Therapie des Traumatisierten Selbst Peichel 2019 Peichel Jochen Innere Kritiker, Verfolger und Zerstörer Ein Praxishandbuch für die Arbeit mit Täter-Intojekten Porträt-Rose 2003 Doppelpunkt Porträt-Rose, Friederike, Jakob Gitter Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl Porträt-Rose 2014 Porträt-Rose, Friederike, von der Freude, den Selbstwert zu stärken Quindo 2013 Doppelpunkt Quindo Ilka Bewusstmachen der transgenerationalen Weitergabe in der Therapie Radeboll 2010 Doppelpunkt Radeboll-Tatmut Abwesende Väter und Kriegskindheit Alte Verletzungen bewältigen Radeboll 2011 Doppelpunkt Radeboll-Tatmut Vertreibung und Flucht Kriegsbedenkte Traumatisierung Transgenerationale Weitergaben Radeboll 2015 Doppelpunkt Radeboll-Tatmut Sporensuche eines Kriegskindes Radeboll 2016 Doppelpunkt Radeboll-Tatmut Bo-Leber-Werner Zenecker-Jürgen Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten Doppelpunkt Interdisziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen Kinder des Weltkrieges Rauwald 2013 Doppelpunkt Rauwald-Mariane Vererbte Wunden Transgenerationale Weitergabe vererbter Erfahrungen Rauwald 2013-2 Doppelpunkt Rauwald-Mariane Erhard-Rosalva Macarone Therapeutische Herausforderungen bei der Behandlung von transgenerational vermittelten Traumata Rauwald 2013-3 Rauwald-Mariane Kündo-Ilka Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe elterlicher Traumatisierungen Rauwald 2013-4 Rauwald-Mariane Flüchtlinge und ihre Kinder Der Einfluss von Migration und Trauma auf die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern Rauwald 2013-5 Rauwald-Mariane Prävention transgenerationaler Weitergabe von Traumatisierungen Safe-Kurse für traumatisierte Mütter Rauwald-Fachtag 2013 Doppelpunkt Rauwald-Mariane Transgenerationale Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt Redemann 2005-Doppelpunkt Redemann-Luise Psychodynamisch-imaginative Traumatherapie P-I-T-T PIT Das Manual Redemann 2007-Doppelpunkt Redemann-Luise Imagination als heilsame Kraft Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren Redemann 2015-2 Redemann-Luise Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie Folgen der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs erkennen und bearbeiten Eine Annäherung Redemann-Luise Jörg Simovic Liljana Kasta-Sabine Gerla Christian Trauma ist nicht alles Ein Mutmachbuch für die Arbeit mit Geflüchteten Richter 1963 Doppelpunkt Richter Horst Eberhard Eltern, Kind und Neurose Richter 1972 Richter Horst Eberhard Patientfamilie Riesinger 2011 Doppelpunkt Riesinger Simone Traumapädagogik und sekundäre Traumatisierung Riesinger 2015 Doppelpunkt Riesinger Simone Sekundäre Traumatisierung und der Umgang mit Überlastungsphänomenen Rixe 2017 Doppelpunkt Rixe Jacqueline Luderer Christiane Das Trauma aus zweiter Hand Sekundäre Traumatisierungen von psychiatrisch Pflegenden Romeike 2017 Doppelpunkt Romeike Astrid Reaktivierung von Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg Erscheinungsformen und Umgang mit der Thematik in der stationären Altenhilfe Rosenberg 2018 Rosenberg Stanley Der Selbstheilungsnerv So bringt der Vagusnerv Psyche und Körper ins Gleichgewicht mit acht einfachen Übungen Rost 2013 Doppelpunkt Rost Katharina Die Kinder der Kriegskinder Die transgenerationale Weitergabe von Traumata an Kinder im Zweiten Weltkrieg und ihrer Nachkommen Rüchel 2018 Rüchel Uta Drescher Anne Schöne Jens Bis ins vierte Glied Transgenerationale Trauma-Weitergabe Rüchel 2019 Doppelpunkt Rüchel Uta Verschwiegene Erbschaften Wie Erinnerungskulturen im Umgang mit geflüchteten Prägen Rupert 2014 Rupert Franz Frühstrauma Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre Rupert 2017 Doppelpunkt Rupert Franz Mein Körper, mein Trauma, mein Ich Anliegen aufstellen, aus der Trauma-Biografie aussteigen Rupert 2019 Rupert Franz Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft Wie Täter-Opfer-Dynamik in unser Leben bestimmen und wie wir uns daraus befreien Samara 2014 Doppelpunkt Samara Petra Fantasie und Körperreisen für Therapie und Supervision 60 Anleitungen Weiterführende kreative Gestaltungshinweise und eine Gebrauchsanweisung Samuels 2008 Samuels Arthur Luca und Elisabeth Im Einklang mit dem inneren Kind Ein meditativer Weg zu sich selbst Sänger 2013 Sänger Regina Rudolf Margarete Transgenerationale Trauma-Weitergabe im Kinder- und Jugendhilfesystem Auswirkungen und Umgang Sauter 2016 Sauter Christiane Was bei Trauma wirklich hilft Bewährte Methoden in der Traumatherapie Schelung 2018 Schelung Julia Apple Franziska Weidner Kerstin Praxisbuch Psychotraumatologie Scheurer 2012 Scheurer Englisch Hermann Pflegefamilien als sichere Basis Schicke Dance 2012 Doppelpunkt Schicke Dance Harald Die Bedeutung der Epigenetik bei der transgenerationalen Weitergabe von Kindheitstraumen und deren Folgen Schlippe 2016 Doppelpunkt Schlippe Arist von Schweizer Jochen Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung Band 1 Das Grundlagenwissen Band 2 Das störungsspezifische Wissen Schmidt 2003 Doppelpunkt Schmidt Christa Das entsetzliche Erbe Träume als Schlüssel zu Familiengeheimnissen Schreider 2013 Schreider Christiane Diesen Deckel wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen zur Reaktivierung transgenerationaler Traumata im Alter Schuppe 2006 Schuppe Oliver Traumatherapie mit EMDR Ein Handbuch für die Ausbildung Schwing 2018 Schwing Rainer Fraser Andreas Systemisches Handwerk Werkzeuge für die Praxis Senft 2016 Doppelpunkt Senft Alexandra Der lange Schatten der Täter Nachkommen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte Shapiro 2019 Shapiro Robin Ego-State-Interventionen leicht gemacht Strategien für die Teilerarbeit Siegesmund 2009 Doppelpunkt Siegesmund Christian Der schutzgefährdeter Zeugen in der Bundesrepublik unter besonderer Berücksichtigung des Gesetzes zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen Simon 2014 Doppelpunkt Simon Ingo Michael Frieden mit dem inneren Kind Simon 2018 Simon Fritz B. Rich Simon Christel Zirkuläres Fragen Systemische Therapie und Fallbeispiel SIGDEL 2006 Doppelpunkt SIGDEL Jan Erik Reinkarnationstherapie Emotionale Befreiung durch Rückführung Spangler 1999 Doppelpunkt Spangler Gottfried Zimmermann Peter Bebindungstheorie Grundlagen Forschung und Anwendung Spork 2017 Doppelpunkt Spork Peter Gesundheit ist kein Zufall Wie das Leben unsere Gene prägt Die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik Stevens 1996 Doppelpunkt Stevens John O. Die Kunst der Wahrnehmung Übungen der Gestalttherapie Stirlin 1975 Stirlin Helm Von der Psychoanalyse zur Familientherapie Stirlin 1980 Doppelpunkt Stirlin Helm Eltern und Kinder Drama von Versöhnung und Trennung im Jugendalter Stirlin 1988 Doppelpunkt Stirlin Helm Familie als Ort psychosomatischer Erkrankungen Watkins 2003 Watkins John Watkins Helen Ego States Theorie und Therapie Ein Handbuch Weiss 2018 Doppelpunkt Weiss Brian L. Seelenwege Reinkarnation und zukünftige Seelenwege Weichert 2018 Weichert Karl L. Spirituelle Hypnose Heilung der Seele durch Begegnungen mit Engeln Verstorbenen und der göttlichen Welt in uns Weichs 2019 Weichs Barbara Gedächtnis Ab welchem Alter können sich Kinder an Dinge erinnern? Weidner 2016 Doppelpunkt Weidner Frank Emel von der Aal Hartmut Lesner Ankel Bea Udo Alter und Trauma Unerhörtem Raum geben Wiegand Gräfe 2013 Doppelpunkt Wiegand Gräfe Silke Möller Birgit Kriegskenntheit im Hamburger Feuersturm Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt Wolf 2018 Doppelpunkt Wolf Christian Sind Traumata ansteckend? Wolf 2018 Windischdrich 2 Doppelpunkt Wolf Christian Dein Trauma Mein Traum Wolinski 1995 Wolinski Steven Die dunkle Seite des inneren Kindes Die Vergangenheit loslassen Die Gegenwart leben Wolin 2017 Doppelpunkt Wolin Mark Dieser Schmerz ist nicht meiner Wie wir uns mit dem seelischen Erbe unserer Familie aussöhnen Wuratschka 2018 Wuratschka Rainer Drei von vier Kriegsflüchtlingen sind traumatisiert Wüstel 2017 Wüstel Jens Michael Traumakinder Warum der Krieg immer noch in unseren Seelen wirkt Jäger 2018 Doppelpunkt Jäger Edwin K. Doktor Die Jägertherapie Young 2019 Young Ethan S. et al. The Dual Impact of Early and Concurrent Life Stress on Adults Ional Cortison Patterns A Prospective Study A Prospective Study